Wir sind jetzt vorbei! Was macht ihr gerade? Wir befüllen gerade die neue Website, die launcht im November. Bitte alle stehen und liegen lassen. Wir brauchen unbedingt ein neues, sensationelles Freerad-Video. Kriegst du das hin? Das schaffen wir auch, oder? Das schaffen wir, auf jeden Fall. Okay. Gut, dann an die Arbeit. Legen wir los? Passt, kommen wir. Aha, eine Nachricht. Der Chef hat geschrieben. Der Chef? Ja. Was will er denn? Ja, wir dürfen ein Video produzieren. Jawoll! Guck, auf! Servus! Hi! Was macht's jeder? Wir haben heute schon mal einen Auftrag gekriegt. Was für ein Auftrag? Das beste Freerad-Video. Zeig mal her. Das konnte ich gar nicht sagen. Wir machen das beste Freerad-Video. Wir haben hier drin das beste Freerad-Video. Na, vergiss es. Na, nie und nimmer. Sicher. Hey! Was macht's noch? Hallo Theresa, grüß dich, recht süß, das ist Mr. Hannes. Wir würden gern die Ski noch abholen kommen. Klasse! Super! Danke dir! Bis gleich! Ciao, ciao! Hey, Katrin! Ja? Die neuen Ski sind da. Wohl cool! Fahr mal gleich los, bitte. Lass uns deine anderen schnell hin. Wollen wir's? Ja! Perfekt aufkommen. Na, sind die schon weg? Komm ich, naja!